Das Tool Trello. Was bringt es im T-Shirt Business? Mehr dazu in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Daniel und in diesem Video wollen wir uns das Tool Trello mal anschauen. Und du fragst dich vielleicht, was Trello genau ist. Hier im Hintergrund habe ich es mal aufgemacht. Du hast gesagt, Trello hilft dir, dein Business ein wenig visueller darzustellen und du kannst es zum Beispiel nutzen als To-Do-Liste. Du kannst es aber auch nutzen, um Projekte voranzutreiben, um vor allem auch in kleinen Teams zusammenzuarbeiten und Prozesse visuell darzustellen. Und man fragt sich dann oft, okay, ja, aber wofür brauche ich das denn zum Beispiel im T-Shirt Business? Gerade wenn du mit Designern zusammenarbeiten solltest und hoffentlich auch noch wirst, dann ist das wirklich sehr, 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 sehr hilfreich. Weil der Designer dann direkt, Trello ist wie so ein Board, so ein virtuelles Notiz-Board quasi, wo du dann zum Beispiel Grafikdesigns eben darstellen kannst. Und der Designer sieht dann so eine Karte und sieht dann genau, okay, wie sieht das aus? Ja, und wenn du sonst mit deinen Designern kommunizierst oder, ich habe das halt ganz oft in den Coachings immer wieder erlebt, dass dann über E-Mail kommuniziert wird. Und ich selbst habe ganz lange mit Google Sheets gearbeitet, was, wie ich immer dachte, recht effektiv ist. Aber mit Trello lässt er sich doch nochmal einfacher und schöner einfach arbeiten. Und genau, bevor ich aber jetzt zu viel rede, ohne dir irgendwas zu zeigen, würde ich sagen, schauen wir uns das auf meinem Rechner an. Und dann erkläre ich dir an einem Beispiel Board auch mal, wie ich das bei mir aufgebaut habe fürs T-Shirt Business. Also dann, ich würde sagen, los geht das! So, und da sind wir hier auf der Oberfläche von Trello. Du kannst dir ganz einfach über die Trello-Seite einen Account anlegen. Den Link zu Trello findest du unter dem Video. Wir gehen einfach mal rein und sagen, wir wollen so eine To-Do-Liste erstellen. Das kannst du hier dann auf Boards machen und dann Plus für neues Board. Gehst hier auf Boards, klickst dann hier auf neues Board erstellen und kannst dann hier eben ein neues Board erstellen. Du sagst, okay, das ist für mich privat. Ich will hier so eine To-Do-Liste machen. Müll rausbringen. Oder du könntest auch sagen, du gibst dir der Spalte hier Haushalt. Dann hast du hier den liebsten Titel Haushalt, Garten. Dann sagst du hier Rasen mähen. So, dann wäre das nächste vielleicht Baum pflanzen. So, und da kannst du hier einzelne Karten anlegen und kannst die eben zwischen den Listen dann auch beliebig rumschieben. Du kannst auch sagen, ich will dem hier ein Label angeben und sage hier das Label soll da rein rasen, ist gemäht. Oder zum Beispiel noch nicht erledigt. So hast du dann ganz schnell auch natürlich eine Übersicht darüber, was eben gemacht ist und was nicht. Du kannst sagen, ich will hier noch eine detaillierte Beschreibung hinzufügen. Da gibt es dann hier eine Formatierungshilfe. Das heißt, du kannst auch Sachen dick, wenn du hier so zwei Sternchen machst. Das ist mir besonders wichtig. Dann wird das so fett geschrieben. Dann kannst du natürlich auch Links hier rein posten und so weiter und so fort. Du siehst hier immer auch die Aktivitäten und kannst auch in der Karte dann auch so ein Chat quasi hast du dann auch. Und da merkst du schon, wenn du jetzt hier, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, dann zeige ich dir mal so ein Musterboard, wie ich es auch für mein Business nutze. Ganz oft läuft der Kontakt, wenn man neue Designs erstellt mit dem Designer über E-Mails ab oder über den Upwork Chat und das ist halt super unproduktiv. Da sieht man nichts und das ist halt total ätzend einfach. Und hier kannst du in der Karte, siehst du dein Shirt, kannst direkt mit dem Designer schreiben. Wie? Das zeige ich dir gleich noch. Du kannst hier Gefristen einfügen, du kannst auch Checklisten hinzumachen. Rasenmäher, Rasenmäher, Benzin nachfüllen. So, Rasenmäher, Klinge schärfen lassen. So kannst du dann hier verschiedene Checklisten machen, dann immer abhaken. Okay, das und das muss erfüllt sein. Du kannst natürlich Mitglieder hinzufügen, eben wenn du in kleinen Teams arbeitest. Es gibt dann noch Power-Ups. Da kannst du Trello nochmal wirklich, ja nochmal, nochmal aufpowern. Ja, also das ist schon echt, echt cool. Ich nutze da zum Beispiel Google Drive. Slack kann man noch hinzufügen. Slack nutze ich als Kommunikationskanal für mein Team. Pomodoro, das ist auch ganz cool. Hier kannst du auch Countdowns hinzufügen, Lerner-Koffe. Also du kannst ganz viele Sachen hier auch noch. Ich habe selbst auch noch nicht alles komplett gemacht. Was ich im Moment definitiv arbeite, ist Butler. Dort kannst du Automationen auch einfügen. Das heißt, wenn eine Karte irgendwo hin verschoben wird, dann landet sie in einem Archiv zum Beispiel. Oder der Designer wird benachrichtigt oder whatever. Da kannst du verschiedene Automationen eben auch einbauen, was ziemlich, ziemlich cool ist. Und da sind deiner Kreativität natürlich keine Grenzen gesetzt. Das ist ja erstmal so zu Trello generell. Du hast hier noch eine Vorlage. Du kannst hier eine Vorlage dann erstellen. Meine Design-Vorlage. Und kannst dann hier bestimmte Sachen dann natürlich einfügen, dass du die Karten dann immer nicht mehr neu erstellen musst. Ja, dann sagst du immer, jo, okay, ich nehme die Design-Vorlage, Karte erstellen. Und dann hast du eben hier dann direkt deine Vorlage am Start und musst die nicht wieder neu erstellen. Du kannst zum Beispiel auch, wenn du mehrere Mitarbeiter hast, eine Training-Library machen. Und dir dann eben hier für den bestimmten Bereich eine Videothek aufbauen. Einen Videokurs sozusagen, der deine Mitarbeiter schult. Wenn neue Mitarbeiter bei dir ins Unternehmen kommen, sehen sie direkt hier. Das sind die einzelnen Schritte in dem jeweiligen Fachbereich. Das muss ich drauf haben, um da arbeiten zu können. Und das ist schon eine recht coole Möglichkeit. Ansonsten musstest du das halt über ein Plug-in wieder mit WordPress machen oder mit anderen externen Lösungen. Und hier, das geht eben auch mit Trello. Du kannst die YouTube-Videos ganz einfach verlinken. Oder sie in Google Drive-Ordner laden und dann eben hier auch dann reinholen. Ja, du hast hier Anhang, Google Drive und dann kann derjenige direkt das Video dann auch da schauen oder öffnen. Öffnen und dann schauen. Und so kannst du dir dann auch eine Training-Library eben für dein kleines Team aufbauen. Finde ich mega, mega cool. Bin ich auch gerade am erstellen. Ich habe auch so ein Board, wo einfach so ein First Board, wo ich neue Mitarbeiter, dann sehen sie eben genau, was habe ich für Menschen auch eingestellt bei mir im Unternehmen. Welche Aufgaben übernehmen diese und für was stehe ich, für was habe ich für Werte, was mache ich überhaupt, welches Business machen wir und so lauter so Sachen stehen da halt drin. Und das ist auch immer, finde ich ganz cool, einfach sowas zu haben, damit neue Mitarbeiter direkt irgendwie da auch, das wirkt natürlich professionell und neue Mitarbeiter haben direkt auch einen Plan davon, was geht hier überhaupt ab in dem Laden. So, jetzt schauen wir uns mal das Kursboard an. Das Kursboard oder beziehungsweise mein Board, wie ich es nutze eben für das Print-on-Demand-Business, sieht folgendermaßen aus. Ich habe links den Workflow, wie man mit dem System eben arbeitet. Dort gebe ich dann den Designern eben und den VAs, den virtuellen Assistentinnen, Instruktionen, wie sie eben hier mit zu arbeiten haben. Dann habe ich hier immer so ein paar Ideen und auch immer so on the fly, wenn ich mal was irgendwie habe. Da gibt es auch eine super Browser-Erweiterung, die nennt sich hier Trello for Chrome. Und damit kannst du, wenn du am Research machen bist, drückst du einfach hier drauf und kannst dann direkt hier deine Ideen, sagst dir, okay, ich will das attachen, also drei anhängen. Und dann gibst du dir deinen Titel ein, die Description und sagst Add und gibst dir oben noch dein Board ein und in welche Spalte das dann rein soll. Und dann ist das direkt als Karte hier drin. Und das ist schon eine ziemlich coole Sache, das ist auf jeden Fall ein Zeitsparer. Ja, danach hast du hier dann noch die Ideen von deiner Assistentin, kannst du da halt einfügen. Ich habe das mittlerweile aber nochmal getrennt und habe ein extra Board einfach für die Ideen auch, weil das zu viel ist, was das lädt, sonst viel zu lange dieses Board. Dann fangen die Designer-Boards an oder Designer-Listen quasi und das hatte ich ja eben so erklärt. Dann machst du hier so ein Muster, sagst, das ist das Design, so möchte ich es haben. Hier ist die Grundlage vielleicht auch und schreibst dann hier rein, so und so sind die Spezifikationen, so will ich das eben haben. Kannst dir den Designer noch verlinken. Und dann weiß der Designer, alles klar, da ist ein Task, den muss ich erledigen. Ja, und wenn er fertig ist, dann schiebt das rüber in den Watch-Folder. Das heißt für mich wiederum, alles klar, da ist ein Design, das soll ich mir anschauen. Finde ich es gut, schiebe ich es rüber auf Please Finish. Finde ich es kacke, soll das nochmal verbessern, geht es in Revise. Ja, und so hast du eigentlich ein ganz einfaches visuelles System, um dein Print-Animant-Business zu managen. Ja, das funktioniert super, ist genial, ist total einfach und lässt sich halt beliebig dann auch erweitern. Das war es hier von dem Video über Trello. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Es gibt natürlich auch ein deutsches Pendant dazu. Das deutsche Pendant nennt sich MeisterTask. Wenn du es noch nicht kennst, unter dem Video habe ich einmal einen Link zu Trello und auch zu MeisterTask. Schau dir das einfach mal an und entscheide dann, was für dich in Frage kommt. Wenn dir das Video gefallen hat, lass dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben am Start. Das würde mich sehr, sehr freuen. Wenn du Bock auf ein Coaching mit mir zusammen hast, schau unter dem Video. Dort findest du die Links dazu. Lass auf jeden Fall ein Abo am Start, dann sind wir uns garantiert hier wieder. Ich wünsche dir alles Gute bis dahin. Mach's gut, dein Daniel. Ciao. Ciao.